Wilhelm Leopold Kolmar Freiherr von der Gohls war ein preußischer Generalfeldmarschall, Militärhistoriker und Schriftsteller. Leben von der Gohls wuchs auf dem Gut Fabiansfelde bei preußisch Eilau auf das sein Vater 1844 nach dem Verkauf des Gutes Birkenfeld erworben hatte. 1861 ging Gohls zur Infanterie, 1864 besuchte er die Kriegsakademie in Berlin. 1866 nahm er am deutschen Krieg gegen Österreich teil und wurde in der Schlacht bei Trautnau an der Schulter schwer verwundet. 1867 wurde Gohls Mitglied im preußischen Generalstab. Im selben Jahr heiratete er die Gutsbesitzerstochter Therese Dorgut, mit der er fünf Kinder hatte. 1870 als der deutsch-französische Krieg begann, diente er im Stab von Friedrich Karl Nikolaus von Preußen. Zwischen 1878 und 1883 war Gohls Lehrer für Kriegsgeschichte an der Preußischen Kriegsakademie. 1883 veröffentlichte er sein bekanntes Buch von Rosbach bis Jena und Auerstedt, in dem er durch die Behandlung der preußischen Militärgeschichte indirekt Kritik am Kaiserreich äußerte. Von 1883 bis 1895 reorganisierte er die Osmanische Armee und wurde zum Mischeur mit dem Titel Pasha ernannt. 1895 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde am 18. April zum Generalleutnant ernannt und übernahm am 2. Januar 1896 die Kasekundenkommando der 5. Division in Frankfurt an der Oder. Am 27. Januar 1900 wurde er zum General der Infanterie befördert und übernahm am 27. Januar 1902 die Führung des I-Armeekorps in Königsberg. Im September 1907 übernahm er die Inspektion der 6. Armee in Stuttgart und wurde 1908 zum Generaloberst befördert. Mit Jahresbeginn 1911 wurde er zum Generalfeldmarschall ernannt und trat schließlich 1913 im Alter von 70 Jahren in den Ruhestand. Am 7. Juli 1909 wäre Goels beinahe Reichskanzler geworden. An diesem Tag hatte sich Kaiser Wilhelm II. mit dem damaligen Chef des Zivilkabinetts Rudolf von Valentini beraten, ob Theo bald von Bettmann-Holwig oder von der Goels Reichskanzler werden sollte. Der Kaiser war sehr geneigt gewesen, den General zu ernennen, jedoch war dessen erneute Anwesenheit in der Türkei ab Mai 1909 zu wichtig, um ihn nach Berlin zu holen, sodass schließlich Bettmann-Holwig-Kanzler wurde. 1911 gründete von der Goels den Jungdeutschlandbund als Dachorganisation überwiegend rechtsgerichteter Jugendverbände. Das praktische Ziel, durch Sport- und Geländespiele die Jugend auf einen möglichen Krieg vorzubereiten, fand auch in den Törn- und Sportvereinen Zustimmung. Die Kommunen wurden durch von der Goels und seinem Netzwerk motiviert Sportplätze auszubauen. Hierdurch wurden die Leibesübungen großflächiger als es für Geräteunnen bis dahin war. Im selben Jahr wurde er in den Orden Puerlemaet für Wissenschaften und Künste aufgenommen. Nach ihm wurde das V. Die Goels Querfeld ein großes Trakener-Jagdrennen des preußischen Hauptgestütz Trakenen benannt, das seinerzeit eines der schwersten Querfeldein-Pferderennen der Welt war. Reorganisation des Osmanischen Heeres Anders als in der Umstrukturierung des Osmanischen Heeres, worin die Deutschen nur begrenzte Einflussmöglichkeiten und Erfolge hatten, gelang es von der Goels genannt Goels-Pascha in kurzer Zeit durch seine Tätigkeit als Militärreformer, für Deutschland eine Monopolstellung für die Rüstungsimporte im Osmanischen Reich zu erwirken. Diese Geschäfte waren im Osmanischen Reich durch Schmiergeld leicht beeinflussbar und so nutzte von der Goels, der gemeinsam mit dem Großwesier und dem Finanzminister in einer Kommission zur Geldbeschaffung für die Rüstung tätig war, die ihm zur Verfügung stehende Summe von 30.000 Mark für das nötige Bakschisch. Er selbst hingegen bereicherte sich bei seiner Tätigkeit nicht, als der Waffenfabrikant Ludwig Löwe ihm eine Aktienübertragung anbot, antwortet er, sie haben es gut gemeint, aber ein preußischer Offizier nimmt keine Trinkgelder. Von besonderer Bedeutung wurde sein Wirken, als er den Sultan überzeugen konnte, türkische Offiziere zur Ausbildung nach Preußen zu senden. Dies förderte nachhaltig die Bildung eines predeutschen Kerns im Osmanischen Militär, welches seine Verbindung zu den Deutschen auch nach der Jungtürkischen Revolution bis heute nicht verlor, siehe Leopard 1. Erster Weltkrieg. Befehlshaber Da er bei Ausbruch des Weltkriegs schon über 70 war, erhielt er zu seinem größten Bedauern kein Frontkommando mehr, sondern war vom 23. August bis 28. November 1914 Generalgouverneur für das kaiserlich-deutsche Generalgovernment Belgien. Da er mit den erhaltenen Befehlen bezüglich der Behandlung der Belgier nicht einverstanden war, bat er schon bald um Abberufung von seinem Posten und wurde infolge des Vorschlages des Borschafters Freiherr von Wangenheim wieder in das Osmanische Reich berufen. Dort sollte er, so hoffte der Botschafter, den Leiter der Militärmission, Liman von Sanders, ablösen. Da dieser betreffs der Operationen stets einen strikt militärischen Standpunkt vertreten hatte und sich nicht den eher politisch motivierten Plänen, der Botschaft und des Militärattasches beugte, Obwohl eine solche Ablösung von der türkischen Seite grundsätzlich abgelehnt wurde, blieben die Vereinbarungen betreffs Entsendung des Generalfeldmarschalls mit den Osmanen bestehen und von der Gohlstraf am 12. Dezember 1914 in der Türkei ein, wo er zunächst als militärischer Berater des Sultans eingesetzt wurde. Nachdem Ende März 1915 Liman von Sanders den Oberbefehl über die zur Verteidigung der Dardanellen neu formierte 5. Armee erhielt, übernahm von der Gohlst von ihm den Oberbefehl über die 1. Armee in Konstantinopel. Seit Oktober 1915 führte von der Gohlst den Oberbefehl über die 6. Osmanische Armee, um die bis dahin in Persien unvereinbar scheinenden türkischen und deutschen Operationen zu koordinieren. Im Dezember 1915 traf er in Bagdad ein und verhalfe der 6. Armee zum Sieg über die eingeschlossenen britischen Truppen in der Belagerung von Put. Von der Gohlst übertrug Arthur Bob die selbstständige Leitung der Operationen in Persien. Aufgabe Bob's war es, die Kräfte Persiens im Sinne der Zentralmächte und der Türkei zu verwerten und die Freiheit und Unabhängigkeit Persiens sicherzustellen, eine persische Erhebung vorzubereiten und die Einleitung für die Aufstellung einer persischen Armee zu treffen. Punkt, Punkt, Anführungszeichen, Punkt. Mit erheblichen Geldmitteln wurde im Frühjahr 1915 eine Etappenlinie quer durch den Iran bis nach Afghanistan aufgebaut, indem an den wichtigsten Punkten diplomatische Nachrichtenoffiziere als deutsche Konsulen eingesetzt wurden. Die Mehrzahl der an der Spitze der persischen Gendarmerie stehenden schwedischen Offiziere trat insgeheim in deutsche Dienste. Beteiligung am Völkermord an den Armeniern Während des Ersten Weltkriegs war Kolmar Freiherr von der Gohlz neben Silvester Böttrich und anderen deutschen Offizieren am Völkermord an den Armeniern beteiligt und entwickelte Pläne zur Deportation der Armenier. Schon um 1900 hatte Gohlz öffentlich vorgeschlagen eine halbe Million Armenier, die ihn an der russischen Grenze lebten, nach Mesopotamien umzusiedeln. Als im März 1915 Enver Pasha ihm den Deportationsbefehl vorlegte, stimmte er, der die Armenier für gerissene Händler hielt dem zu. Tod. Gohlz starb am 19. April 1916 in seinem Hauptquartier in Bagdad nach einer Infektion mit Typhus während eines Lazarettbesuches und wurde zunächst in einer hoch über dem Tigris-Ufer liegenden Bastion beigesetzt. Sein Sarg wurde im Juni 1916 nach Konstantinopel überführt und im Garten der Sommerresidenz der deutschen Botschaft in Tarabia am Bosporus neben den sterblichen Überresten des Botschafters Freiherr von Wangenheim und des obersten Erich von Leipzig beigesetzt. Mit dem Tod von Gohlz wurden die türkischen Offiziere im Osten unzugänglich für deutsche Ratschläge. So nutzten sie den Sieg gegen die Briten strategisch nicht aus und Halil Pasha, der ein Onkel Envers war und in der Endphase für kurze Zeit von der Gohlz als Oberbefehlshaber vertreten hatte, rechnete sich den Sieg selbst an und ließ anstelle der Briten im Irak fruchtlos die Russen in Persien angreifen, hatte der von beiden Seiten hochgeehrte Generalfeldmarschall die deutschen und türkischen Bestrebungen noch bündeln können. So liefen sie fortan weiter auseinander, während Botschaft, auswärtiges Amt und großes Hauptquartier von der Gohlz in Bezug auf seine Tätigkeit in Mesopotamien dem Vorwurf der Energielosigkeit und Vertürktheit aussetzten, bescheinigen andere Beobachter ihm, wie kaum ein anderer mit Weitsicht Ausdauer, Überzeugungskraft und Gespür für die orientalische Mentalität über herausragende Führungsqualitäten verfügt zu haben. Seinen Besitz hatte Gohlz in eine Stiftung eingebracht, die von seinem Nachfolger im Amt des Generalgouverneurs von Belgien, Moritz Freiherr von Bissing, verwaltet wurde. Ziel der Stiftung war es, mittellose Heimkehrende Soldaten zu unterstützen. Von Bissing begann mit den Mitteln der Stiftung 1916 den Bau der Siedlung Bissingheim bei Duisburg. Schriften – Das Volk in Waffen Ein Buch über Herrwesen und Kriegführung unserer Zeit Berlin 1883 Stärke und Schwäche des Türkischen Reiches Deutsche Rundschau Band 24 1 S 104 106 109 110 118 Kriegsgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert Teil 1 im Zeitalter Napoleons Berlin-Bondi 1910 Kriegsgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert Teil 2 im Zeitalter Kaiser Wilhelms des Siegreichen Berlin-Bondi 1914 Gemeinsam mit Wolfgang Förster bearbeitet und herausgegeben Denkwürdigkeiten Berlin 1929 1219 3219 1319 3519 1720 1829 3020 212 2520 212 255